Weil das ist, worum wir uns die ganze Zeit bringen, wenn wir dem Ego zuhören. Wir sind die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Wir wissen gar nicht, wie ein wundervolles Leben sich anfühlt. Dieser glückliche Traum, weil wir die ganze Zeit in einem Überlebenskampf sind und es nicht mal merken. Wir sind die ganze Zeit im Überlebensmodus, wenn wir dem Ego zuhören. Weil das Einzige, was das Ego kann, ist sagen, schütze den Körper, den ich aber eigentlich hasse.